Was ist da gerade los? Was passiert da gerade? Wisst ihr Freunde, ich musste heute tanken und war natürlich bei der Tankstelle. Wo denn sonst? Und hab ganz normal mein Auto getankt. Als ich dann reinlaufen wollte und bezahlen wollte, sah ich es, dass die Tankstelle Purpumbooster verkauft. Und wie gut die jetzt sind? Ich hab keine Erwartung, sag ich euch, wie es ist. Aber wir werden das jetzt herausfinden. Und um genau zu sein, hab ich mir 10 Booster geholt. Ich finde, 10 ist eine gute Menge. Sie hatten nur Kami-Sin-Purpur-Booster. Also jetzt nicht nur das Base-Set, sondern auch andere. Aber ich sag euch ehrlich, es ist immer so eine Sache. Kiosk, Tankstelle, das sind nicht die Orte. Wobei Kiosk würde ich sagen, eher schon. Das sind aber nicht die Orte, bei denen du jetzt reingehst mit der Erwartung, ich kaufe jetzt Pokémon-Booster. Aber, ey, wenn da jetzt ein dicker Hit mit dabei ist, indem wir den Mitwirten schon mal Glück gehabt, wird aus den Rossmann-Blister die Gardevoir-Card aus dem Base-Set gezogen. Und nicht mehr in Sonne und Mond da ausschreiben, sondern halt auch Kami. Oh mein Gott! Von daher kann alles möglich sein. Das waren offene Displays. Und wir fangen einmal an mit einer holographischen Karte. Ich bin ja schon froh, sag ich euch ehrlich, dass da keine Cake-Booster verkauft werden. Die sind zwar verboten, Freunde, aber die Dinger werden trotzdem überall verkauft. Oder wurden zumindest. Ich sehe die jetzt irgendwie nicht mehr, was natürlich gut ist. Aber da müsste ich noch das Kiosk bei mir im Ort, ja, auf Herz und Nieren überprüfen. Aber, Freunde, wir gehen erstmal rein. Zehn Tankstellen-Booster. So random. Aber für den Content nehmen wir das mit. Ey, das sieht so gut aus als Capador. Und Pummel. Oh! Hahaha! Wir nehmen eine Full Art mit. Damit hätte ich nicht gerechnet. Full Art Riesenzahn. Damit hätte ich niemals gerechnet. Aber hey, das ist sehr, sehr stark. Das ist eine tolle Karte. Das ist das letzte Booster für das Video. Das letzte Kami-Sin-Pur-Booster. Und dann haben wir ein anderes Set tatsächlich. Ja, es gab mehr als nur ein Set. Und ey, ich bin gerade echt von den Socken gehauen. Also, ich muss mich gerade ein bisschen sammeln. Nestball. Pachirisu. Komm, jetzt noch eine Full Art. Eine Full Art Terra-Kristall. Ah, Lamos. Lamos nehmen wir mit. Und ja, tatsächlich Obsidian Flammen. Das, was Rossmann damals, als ich jetzt vor... Wann war das gewesen? Vor zwei Wochen vielleicht. Auf dem Hauptkanal. Ich denke, ich werde das hier auf dem Zweitkanal online stellen. Das ist so ein bisschen Random-Content. Ähm, ja, die hatten da kein Obsidian Flammen. Das war Entwicklung in Paldea. Und Silvanis Sturmwinde. Unser Lieblings-Set. Dragonier. Wunderbar. Und ich möchte Glurak ziehen. Wir haben... Wir ziehen eine Terra-Kristall Full Art. Was? Ich ziehe aus diesen Dingern so gut. Aus vier Packs. Vier Packs müssen das sein. Wie krank ist das bitte? Ah, Kubuin-EX. Das ist sehr, sehr, sehr nice. Sehr geil. Nehme ich mit nächste Booster-Oxidian Flammen. Und... Ich bin gerade positiv überrascht. Lasst mich mal gerne wissen, Freunde. Wo habt ihr... Also an welchen verrückten Orten... Habt ihr schon mal Booster gekauft? War das auch... Keine Ahnung. Tankstelle. Ich habe auch ein Video gesehen. Beim Edeka gab es sogar auch schon Booster. Da würde ich aber sagen, okay. Ist wie Cherux. Oh mein Gott. Oha. Was sind das für Packs? Ich glaube, das ist mal eine neue Quelle für Booster. Tankstellen-Booster. Oh, das sieht so gut aus. Cherux. Und dann nochmal hier holographisch. Das sind brutale Packs gerade. Ich kann das gerade gar nicht glauben. Ich kann das gerade echt nicht glauben. Aber... Ey, ich will mich nicht beschweren. Wir gehen gleich rein. Nächste Booster. Und eins nach vorne. Psycho-Energie. Das Auge. Froxy. Flampion haben wir hier. Barmelin. Fluperb. Fluberbel. Scalabra. Die Patrouillen-Kappe. Jetzt bin ich heiß. Komm. Meltan. Zagaria. Und ein Absol-EX. Nehme ich mit. Ich habe gerade das Gefühl, wir ziehen besser als aus dem... 36er-Display. 1.5.1. Das seht ihr hier irgendwo im Hintergrund vielleicht stehen. Ah, jetzt nicht mehr. Aber am Anfang habt ihr es vielleicht gesehen im Inpro. Wir haben dann auf dem Hauptkanal ein 1.5.1-Display aufgemacht. Und wir haben da gut gezogen. So ist nicht. Also ein paar gute Hits waren dabei. Aber ich hätte mir mehr da erhofft. Aber so ist das halt. 1.5.1 hat wohl eine andere Pull-Rate. Ich glaube aber nicht, dass man sowas wie 1.5.1 bei so random Orten wie in der Tankstelle oder bei einem Kiosk erwarten sollte. Weil da gibt es ja keine offiziellen Display... Oh mein Gott, nein! Oh mein Gott! Nein! Was ist das bitte? Was ist da gerade los? Was passiert da gerade? Kubuin EX. Und Kubuin EX. Zweimal. Oh mein Gott! Das kann nicht wahr sein. Das ist glaube ich mega knapp an dem Glurak vorbei. What the hell? Ich bin mir nicht sicher, welche Nummer Glurak hat. Oh mein Gott! Wir haben hier die 3x die 2. Aber Kubuin EX in seiner Altart Version, die wollte ich unbedingt haben. Habe ich mir auch schon überlegt zu kaufen. Die kostet ja auch nicht viel. 4-5 Euro. Freunde, so lange warte ich noch. Oh, der sieht aber sehr mitgenommen aus. Ich warte da noch ein bisschen, weil dann ziehe ich sie lieber jetzt aus von der Tankstellenbooster. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie random ist das bitte? Aber das ist mir völlig egal. Die Packs sind legit. Das muss man auch mal sagen. Das war jetzt aber auch keine... Wie heißt das? War jetzt nicht so was wie eine ESSO Tankstelle. Das war so eine No-Name Tankstelle. So familienmäßig. Diktri und Voltilos nehmen wir mit. Klar, die... Wie heißen sie denn alle? Aral ESSO. Die gibt es hier natürlich auch. Aber Leute, supportet Familienunternehmen. Kleine Unternehmen supporten. Das ist die Message, die wir aus diesem Video mitnehmen. Das ist unglaublich. Knattertocks, das erwischt mich gerade wirklich. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so gut ziehen. Vielleicht bin ich ein bisschen voreingenommen wegen dem 1-5-1-Openings. Oder ja, wegen den Openings generell. Dragoran EX Terra Crystal nehme ich mit. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Mit den Texturen. Ich bin gerade so geflecht von dieser Pull-Rate. Und werden wir irgendwann mal wieder eine dicke Dragoran-Karte bekommen. Wir haben jetzt hier die Dragoran Terra Crystal-Karte hier bekommen. Die EX vielleicht. Vielleicht wäre sehr, sehr stark. Die letzte größere war bei Drachenwandel mit der Alternativen. Und Freunde, das ist das letzte Booster. Lasst mich gerne wissen, wie ihr darüber denkt. Lasst gerne ein Like da, um das zu supporten. Abo natürlich auch immer gern gesehen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so brutal wird. Taubsee. Ich hätte gedacht, hey, oh, vielleicht nehmen wir vielleicht eine EX. Vielleicht eine Illustration-Rare-Karte. Du weißt ja nie, ob die abgewogen sind. Aber das ist unglaublich. Pi Pupanze. Und wir beenden das Video mit einmal der Zagaria-Holographik. Holographik. My God.